Ich spiele Trio. Ich will mal jetzt Fußball. Ich spiele Funk. Ach, nö. Nö, das kenn ich doch. Oh, oh, scheiß. Das gibt's doch noch von Superstars, ne? Ja. Ich bin da so Mist drin. Trio. Das können wir aus Mario haben. Ach, der geht zu Philipp. 100%. Oh, ich hab schon mal drei Punkte. Oh, nein. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Stimmt. Ich weiß, wie das kommt in den Augen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, Scheiße. Oh, scheiße. Nein, ich hab schon wieder... Oh, nein! Oh, nein! Oh, scheiße. Nee, ich glaub das geht nicht. Ich glaub das geht dann nicht. Das ist doch bei meinem Geilack. Was? 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 Ausgerechnet jetzt? Fies. Oh, ne Kugelsturzen kommt als nächstes. Hup, Angriff! Hup, schau, Angriff! Auf wen geh ich denn auf, Peach? Oder müssen wir auf Mario? Jeder, jeder geht hier. Ja, ich sehe schon, das wird nichts. Keiner geht. Ja. 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 Hey. 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 Ey. 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 Das wird doch hier nichts. Der Hauptsache, er hat mich erst gemessen. Das war nicht mal Absicht. Das sagen sie alle gut, ey. Schön, dass die alle geflogen sind. Na, was ist denn hier? Das hat einen Geflogen. Und da habe ich jetzt nicht mehr so viel gespielt. Oh, no. Oh, nee. Das kenne ich noch von früher. Da bin ich auch schlecht drin übrigens. Was ist das, wenn er andeutet? Ja. Peach, geh raus. Nein. Goodbye. Ich bin Glück. Bye, my friend. Goodbye. Goodbye, my love. Bye, my friend. Bye, my friend. Oh, jetzt gibt es eine... ...never-ending-story hier. Never-ending-story hier. Never-ending-story... ...never-ending-story... Okay, wer kriegt jetzt Mario? Ich nicht. Wir beide. Oh. Natürlich, Würfel, okay. Das ist ja Glückssache. Was ist denn das? Gewonnen! Ja. Wie, wenn sie eigentlich zu dem, der für nächste 2 gewürfelt hätte. Huh. Da könnte man doch einen Erfolg geben, dass bei einem Partner-Minispiel mal ein Ausgleich stattfindet. Man hat das doch schon noch nicht alle Tage mehr der Feind. Ach ne, was sie nicht sagen. Arme Burdo. Burdo ist traurig. Ich brauche die wieder. Dann spawnt er wieder vor dir. Dann spawnt er wieder vor dir. Da ist ein Stern. Ich hoffe es. Bitte, bitte, bitte. Komm schon, komm schon. Aber es gibt Sterne. Ein Erfolg. Bonus mit dem Spiel. Okay, wer kriegt meine Faust zu spüren? Oh, oh. Oh. Okay. Du weißt, man haut keine Ladies, ne? Was? Ich spüre, dass sie stinkt. Also. Ich bin hier in die Sterne. Das gibt es der Win-2-1-1-1-1. Das ist der Win-1-1-1. Oh, oh. Come on... Ich wollte euch spürt und nur erzählen uns sogar nicht, was du nimmst, auch für den Schein, dass du mir das erste Eis geschickt hast. Ihr habt euch gegen mich versprochen. Ja gegen mich, ne? Oder ist das gegen mir? Nicht, glaube ich. Ja. Gegen mich, ja gegen mich. Oh Gott. Oh. Erfolg erzielt, Mario ist Mitstreiter. Ich hatte Wario letztens. Ich hatte Bowser als Junior und... wie hatte ich denn noch? Oh, ich habe auch schon. Und weißt du noch die Spiele von Mario? Oh, ich darf zwei Sachen kaufen. Ja, weil du einen Partner hast, dann kannst du alles doch mitmachen. Das heißt, wenn du mit dem Partner auch noch im Bowserfeld kommst, kriegst du zweimal Bowser. Oh Gott, das will ich nicht. Hm. Mein Gott. Ja, wieso bin ich überhaupt noch mit? Gibt's hier Chance-Time? Oh Gott. Oh Gott. Herzlichen Glückwunsch, denke ich. I'm sorry. Ganz ehrlich? Nee. Ja. Birdo ist in der Nähe. Ach ja, und du kriegst immer mal Flügsfelder. Ja. Die Partner sind ein bisschen unfair, kann das sein? Ja. Ja. Aber wenn sich jemand überholt, klaut er dir dann Partner. Ah. Jupp. Oh nein, meine Konsole ist überhitzt. Nein. Nein. Dann wird es wieder Zeit für Ausrufezeichen Ventilator. Dein Switch ist überhitzt. Ja, das tut ihm manchmal. Hat Tommy dir nicht erzählt, wie ich meine repariert habe? Äh, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Warte kurz. Erzählst du ihm. Nein, besser nicht. Erzählst du, du kannst besser erzählen. Sagen wir mal so, Alice Switch konnte fliegen lernen. Ah. Danach ging die wieder. Ich weiß nicht, ich bin jetzt, kannst du jetzt direkt wieder nachscheuen? Warte, ich muss erst den Ventilator einstecken. Ich hoffe, man hört es nicht zu doll. Ich hoffe, man hört es nicht zu doll. Ah. Raum suchen und erneut beitreten. Steht jetzt hier. Okay. Dann haben sie das ganz gut gemacht. Das ist wahrscheinlich in der nächsten Runde dabei. Wiedereinstieg läuft, steht hier. Ah, Warteposition. Nächste Runde wird abgewartet, steht jetzt hier. Ja, weil wir gerade mit dem Minispiel sind. Okay. Ich hoffe, dein Bird stellt sich schlecht an. Ich hoffe auch. Start! Ich hätte eigentlich gedacht, dass man so wie früher den Zug neu stapeln müsste, dann wäre und dementsprechend ja auch meine zwei Sterne weg. Ja, in der Runde. Ja, in der Runde. Hey. Oh! 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 Hey! Oh! 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 Oh, oh! 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 Man merkt, dass es nicht Felix war. Nächste Runde. Oh, ich könnte, glaube ich, nein, das mache ich nicht. Mit der Röhre potenziell den Platz tauschen, glaube ich. Das ist kein Platz tauschen. Ach, ist nicht? Warte, lass mal schauen. Oh, das ist komplett random. Okay. Nee, mache ich nicht. Nachher komme ich nicht da unten raus. Das ist nicht schlimm. Denn ich gehe hier lang. Nee, passt schon. Hättest du nicht eins mehr würfeln können. Sag mal, was will ich mit den Röhren? Junge. Junge. Da schaue ich ja ganz schön aus der Röhre, du. Jetzt noch mal los. Ja. Was für deinen Sprichwort, mir? Dann gebe ich dir das Ziel. Achtung, der war flach. Schade, dass man nie Druck braucht, um andere Soundboards aufzurufen. Dann hätte ich nicht mehr so guter Server, um Soundzetteln zu nutzen. Oh, sieben, zwei Würfel ist auch echt geschissen. Oh nein. Oh nein. Das sieht nicht gut aus. Oh je. Oh, die wächst auch noch. Die frisst immer mehr, glaube ich. Die Piranha ist gewachsen. Im nächsten Spieler, der hier gelandet wird, wird sie sechs Muskelat. Oh oh. Das mit dem Wachsen erinnert mich an, äh, hier, das andere Mario Party mit der Kuchenwelt. Und du hast Martin geworfen. Und du hast Martin geworfen. Nein, nein, im Tunnel sage ich schon. Die Träume. Ja, Paulina aus. Oh, ihr Pfau, Mann. Was hat mir das zu tun? Ja, Peach kann das Geld ruhig verlieren. Die sollen nicht auf 50 kommen wegen der U-Buglocke. Und vor allem, wenn sie letztendlich wiederkommen ist, dass alles das passiert. Oh ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Die kriegt auf jeden Fall den Unglücksstern. Immer drauf, okay? Der hat's verdient. Wir haben ja bloß keinen Stern. Ja, mir kann doch keinen Klauen. Oh, jetzt kriegst du einen Stern. Ich drück dir die Daumen. Scheiße. Oh, Klau, Fenix Geld. Oh. Wie kann er sich den Stern nicht leisten? Oh, er klau ihm einen Stern. Oh, je. Kannst ruhig einen Stern klauen. Wie so für Peach. Weil ich viel habe. Oh, Mann. 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 Oh Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Bedien dich, es gibt reichlich. Ich nehm die auseinander. Oh, Mann. Das Spiel auseinanderkommt. Und das ist so groß. Sie hat gar nichts mehr. Es hat komplett broke. Und dann noch ein Doppelglücksfeld. Du kriegst auch noch eine Gute. Und jetzt nochmal los. Jetzt hat er dir wieder genug Geld für einen Stern. Ah, schade, dass Mario nicht so runter weg ist. Was ist das denn? Der Einzelspieler läuft auf Stachelberg und das Team hält durch. So gut es kam, bleibt ein Teamspieler unversehrt. So hat das ganze Team gewonnen. So wie Tät ist, oder? Ihr hast mich bestimmt jetzt schon, oder? Oh, wie mies liegt denn bitte die Platte da? Pass auf, wo er innen ist. Das geht alles. Ach so. Ich trau mich gar nicht, da drüber zu springen, Tobias. Ich trau mich einfach für den Follow-Pump-Trail. Ich trau mich einfach für den Follow-Pump-Trail. Nächste Runde. Nächste Runde. Bye-bye. Oh, Mario ist weg. Oh, Mario ist weg. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich gucke jetzt mal die Röhre aus. Ja, das mache ich jetzt. Ich gucke mal die Röhre aus. Tönen wir jetzt schon franken. Boah. Knappes Dumpen. Wie sich das angezogen hat? Da mit da. Sei goldig! Boah, es tut uns so leid, das werde ich ständig wecken! Vier Felder, Bowser, Ende! Ich verschwinde meine Würfe! Jetzt kommen eine Eins und eine Drei! Wie? Gut! Glücksfeld Neutrack, Glücksfeld Neutrack, Glücksfeld Neutrack, Glücksfeld Neutrack! Glücksfeld! 23, 19... Ah, ich gehe hier! No! Ja! Oh! Oh! Wie ist er? Ja, ja! Ich sag doch, geh nach! Ich sag doch, geh nach oben! Ja! Oh, der ist schon laut! Oh, ich war nicht! Nein, das ist offensichtlich, die greift immer den Ersten an! Nicht immer! Der Mario Superstars hat auch mal einen Impulse-Zäh! Den dritten Angriff! Oh, nein! Ja, manchmal hat jeder einen Aussetzer! Genauso wie letztens, wo ich bei euch zugeguckt habe mit den Goldhörern! Und hat er ewig nicht verwendet! Ich hab' die Schandele! Ich hab' die Schandele! Ich hab' die Schandele! Probier doch nochmal die Pfeife, vielleicht kommt es zurück! Probier doch nochmal die Pfeife, vielleicht kommt es zurück! Ich bitte! Warum ��� Das hat ja echt viel gemacht! Ist das echt in Ernst? Okay! die weiß gar nicht wir müssen einfach diesmal die zahme ablaufen Boah, jetzt ist klar, wo wir jetzt das machen. Erst Viehschmutz raus, also wir müssen nicht drauf schmeißen. Ich denke, dass Phoenix uns aufschmeißt. Shit! Ist gar nicht so einfach! Oh! Oh, ja! Scheiße! Runde gewonnen! Wenn ihr zwei direkt hintereinander macht, kann der dritte einfach Ruhe machen, weil der erste kann dann nicht ausweichen. Oh, ja! Oh, ja! Na gut, bald habe ich eh genug Lust, um ihren Stellen zu klauen. Nächste Runde! Oh, nein! Geh nach rechts! Ich könnte ja nochmal die Röhre verwenden. Komme ich vom Stern weg? Oder komme ich hin? Oh! Haben wir Fragen? Ich probier's jetzt aus. Nur wüsstet man davon, ne? Vielleicht gibt's ja einen Stern für den hat die meisten Röhre benutzt. Äh... Ja gut. Das hat sich echt gelohnt. Hm. Komm zu mir. Okay. Okay. Ah ne, da komme ich auf Rot. Naja, was sonst? Ich hab nur den Hochdruck stehen. Ich hab eh genug Sterne erstmal. Ich gönne euch auch mal was. Ich mach's mit mir mal was! Ja. Naja, da sind wir mit dir gesagt. Oh, du bist doch natürlich kein Herz für Felix. Oh! Oh nein! Isn't that nice? Ja, jetzt viel mehr so viel zu sein. Waaah, waaah!